Liebe Leute, lasst euch sagen, Tropleys zurück bei diesen Tagen. Es ist schweinekalt dort draußen. Äh, der Dibidi wird uns hausen. Ach egal, irgendwie sowas. Freunde, Dibidi hat Redebedarf. Was ist los? Dibidi, Schwester von Larus AG, haben Auftrag von Ardainischer Armee bekommen, Freundinnen hierher zu folgen. Doch dann plötzlich Erkenntnis, außer Freunden keine Kunden hier, sonst keine verrückt genug herzukommen. Alles luket Betrug. Nun? Dibidi macht Freunden keinen Vorwurf. Wir gucken sicher auch nur wegen wichtiger Mission hier rum. Dibidi wird deshalb ein oder zwei Augen zudrücken, falls Freunde bei kleinen Problemen helfen. Erzähl weiter. Dibidi will Warenangebot erweitern und Freunde könnten hierbei Klippen von Maritha nach neuen Waren suchen. Zeugs von hier total angesagt, in anderen Ländern. Dibis Schwestern werden in Katsching schwimmen. Vergeben fällt Dibi immer viel leicht, wenn reich statt arm. Freunde haben Wink mit Zaun ververstanden? Äh, nu, Dora versteht. Dibidi fremd hier, hat keine Ahnung, was wertvoll und was nicht. Vertraut auf Instinkt von Freunden. Dora macht aus FF locker flockig. Große Danke, Pon. Sachen von Klippen von Maritha total angesagt, in anderen Ländern. Dibidi nimmt alles, was Freunde finden. Souvenirs aus Maritha. Na toll, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwas anderes bekomme, aber egal. Dann sammeln wir mal und... Guter Witz, Leute. Wir haben noch gar nichts. Einfach, sie war Stuhl für 50 und unsere Gegner sind 60. Also, geht da. So, Nia, komm. Und ich zoome mal ein bisschen ran. Ich mag das lieber, wenn es so funktioniert. Jetzt ist Schub. Ach komm, wir weg sind immer durch. Oh, jetzt landst du hier mal. Und? Nochmal. Wunderbar. Schnell, sie drücken, schnell, sie drücken. Ganz wichtig, ganz wichtig. Hallo Flock, du schaffst das. Dann haben wir den gleich platt. Oh. Hier, Heimat. Cool, ich danke echt, finde ich, auch noch. Oh mein Gott, das tut mir irgendwie leid. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal eben gerade eiskalt dahingeschieden. Und jetzt, äh... Ja gut, wenn wir den nächsten gleich kommen. Wir haben aber echt noch gar nichts gefunden, ne? Na komm, ja, du Kleiner. Jetzt fang ich schon an mit Heilen gleich. Ich habe sie geliebterweise. Überschallangriff. Und heilen. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt muss ich mich hier einmal durchschreien. Ach, verdammt, das geht nicht so ganz einfach, wie ich gedacht habe. Und dann wechseln wir ja auch mal durch. Und... Na los, Mia, komm. Wunderbar, hat's doch funktioniert. Oh, Bride-Duff-Explosion. Hat der gerade ernsthaft 49.000 Schaden bekommen? Ich möchte gleich nehmen wir mal mehr bei Geo-Winion. Also, außer man hat halt irgendwelche extremen Bugs, aber das war jetzt wirklich mit einem normalen Angriff. Okay, gut, es war ein Pumbo-Angriff, aber trotzdem, der hat doch nochmal einen Angriff-Unterschied. Wow. 60.000. Guck nochmal nach, ob es so wie 60.000 war. Das können wir irgendwie gerade nicht vorstellen. Heftig. Aber egal. Ja, guck mal, was wir hier haben. Oh ja, Mineralienkunde von Bridget. Auch schön. Aber das zählt nicht mal mehr ansatzweise. Das finde ich ja echt schon krass. Krass dreist. Hm. Was? Wo? Ach du. Was sagst du? Du hast... Vögel, oder? Muss mir nichts weiter zu sagen, oder? Gar nichts, ne? Machen wir es halt nicht mal anders. Das ist halt nicht mal anders. Machen wir es halt nicht mal hoch. Boah, du blöder Vogel, der haut doch nicht immer ab. Ja, verdammt, ich hab mich mit Strom. Aber die waren schnell platt. Boah, gut, wenn die so schnell platt sind, dann sag ich doch nichts dagegen. Also, ich bin der Letzte, der da was sagt. Kommt raus. In meiner Erfahrung. So, wieder Mineralienkunde. War auch das nicht. Und hier war beim letzten Mal doch was. Ach, da oben haben wir noch was. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Das hätte ich sogar beim letzten Mal übersehen. Oh, finde ich gut. So gesehen gut, dass wir gestorben sind, ne? In der letzten Folge. Was haben wir hier? Nia hat Waldkunde. Okay, Leute. Das ist es auch nicht. Also, jetzt frage ich mich echt langsam. Sag mal, was willst du denn von mir? Willst du ernsthaft, dass ich in die Richtung gehe? Der meint wirklich das da? Äh? Sekunde. Das zählt aber auch nicht. Warum macht der das denn nicht? Hä? Okay. Ach so, weil ich das einfach abgeben muss. Hm. Ja, aber mehr habe ich jetzt nicht. Ist Tropfen auf dem heißen Stein. Ich gebe dir gleich Tropfen auf dem heißen Stein, du kleiner Noppern. Das ist ein Witz, oder? Was der von einem erwartet? Gut, die könnte ich jetzt auch noch da umklatschen. Aber das bringt mich nicht weiter. Ich brauche nämlich hier andere Materialien. Maschinengewehr-Pit? Wir haben Namen. Okay, gut. Ja, Mann. Komm, wir versuchen, uns jetzt hier erstmal vorbeizuschleichen, um das von der anderen Seite anzugehen. Na, komm. Putsch du den jetzt? Der hält doch eh nichts aus. Doch er hält ganz schön viel aus für 60.000. Aber ich bin jetzt so nah. Ja, komm, 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 komm. Du hast ja andere. Ja, komm, komm, komm. Und Attacker. Zylent. Na komm, die immer nach. Rock? Wir werden mit beiden fixen, die ganz exklusione als erstes. Oh, Morag. Jetzt nehmen wir mal die Heile Sachen ein. Diamantenhebel? Ach, ich hab auch noch Frost. Toll, 9000... Ah, das weiß ich nicht wirklich viel. Okay, Nia. All right, Nia, we've got this. Schön animiert. Cool. Das hat mir jetzt gefetzt. Das hat mir jetzt gefetzt. Also ich guck jetzt erstmal hier an den Klippen. Vielleicht muss ich auch echt... Heidel. Bedre. Ja, komm her. Oh, nee, ne? So. Und... Behind uns mal hoch. So, wir wechseln durch. Könnt ihr den jetzt einfach mit einer schönen Combo-Wex klatschen? Ne, ich hab leider nix, um da irgendwie jetzt zu reagieren. Deswegen warte ich, bis Nia fertig ist. Oh, das war zu wenig. Was ist das? Ich hab das mitgebracht. Ach so. Wie, ich hab das mitgebracht. Mach das mitgebracht. Oh. Ja. Oh. das Ding wieder. Schöne Diamantlebe. Und wie viel Schaden macht das? Ah, 17.000 ist nicht schlecht. Na komm. Jetzt heile ich ihn wieder, Idiot. Wollte ich gar nicht. Aber egal, hat funktioniert. Und das war's, Grumps. Es gibt keine Heilung mehr für dich. Na, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob das Ressourcen sind, die ich brauche, aber da hinten ist noch was, was ich brauchen kann und ich sehe den Vogel zur Zeit nicht. Ach, da ist er. Ah, ha, 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 ha. Der Maschinengewehr-Pit ist auch noch eine Elite. Also ich glaube, so dringend brauche ich die Ressourcen dann doch nicht wirklich. Ich bin ja nicht selten dämlich. Da lege ich mich lieber da hinten mit so einem blöden Fisch da an, der da rumfliegt und mir die ganze Zeit jedes Mal dieses Leben zur Hölle macht. Da kann ich mich runter. Oh, verdammt. Komm her. Komm, du siehst mich. Jetzt sieht der mich nicht, ne? Blödes Ding. Jetzt siehst du mich nicht. Alter. Hallo. Wollte einsammeln. Immer wieder der gleiche Fehler, ne? Muss ich mal gucken. Ah, jetzt fliegt er oben lang. Das ist natürlich wieder was anderes. Könnte ich ihn gegebenenfalls pullen. Da ist er. Will ich mich mal hier hin? Toll. Blödes Teil. Ah, der ist Stufe 49. Was ist das denn jetzt da für ein Vogel? Komm. Nein, nein. Ihr sollt hierbleiben. Ihr sollt doch hierbleiben. Oh mein Gott, ey. Wenn ihr den jetzt pullt, ich sag euch das. Ich werde euch so derbe den Hüter nicht. Von außen nach innen kehren. Ja, okay. Okay, jetzt ist das. Ja. Ich hab's mir gewonnen. Und jetzt muss er 20. Ich hab's mir. Ich hab meine Angst. Und ich geh jetzt mal wieder. Nein, oh ja. Nein, ich hab's mir. Sie schief. Nein, ich hab's mir. Du hast es's für. Und ich hab's mir. Drei, wie ich wissen, ja. Sie sind wirklich jetzt. Fangen wir ins kangen. Wir gehen auf. Und wir gehen auf. Und wir gehen auf. so bombe so hat er sich gut gehalten oder bin ich bescheuert Schwanken, danke, unser... Nein, Stopp! Oh, nett! Oh, komm komm komm! Boah, was für eine Energie! Ich muss gerade echt überlegen, wie ich das am besten mache. Aber rein theoretisch... Könnte ich das schaffen? So, wir haben es geschafft. Jetzt wollen wir uns einfach keine Sorgen um den Großen machen. Wo ist denn der Große? Da ist er. Ich komme hier gekonnt. Schnell lang. Bäh! Ah, die gehen mir jetzt schon auf den Nerv. Ich meine das jetzt am besten. Mann, ich muss runter. Hier gibt es aber auch keine Leiter, ne? Ich muss da irgendwie hoch. Dieses Ding hier geht mir echt tierisch auf den Geist. Da komm her! Loot-Arte! Nooo! Der ist ein Böse! Wow! Ich stelle hier doch mal ein bisschen beiseite. Hochheilen! Ah ja, das Ding haut wirklich gut rein. Ich muss irgendwie seitlich von ihm stehen. Das gibt's nicht. Fick den nicht! Wir werden hier nicht fallen. Nein, Zeit zu resten, Rex Rex! Das ist mein Böse, Tora! Okay, Feuer! Wichtig, Feuer! Wichtig, Feuer! Wichtig, Feuer! Nein, 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 nein. Spinning Cutter! Weg, 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 weg! Ich flüchte gerade. Boah! Was habe ich denn jetzt gepullt? Ich kann nicht mehr gepullt haben. Oh, ich lebe. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich lebe. Und das da will ich mir jetzt erstmal holen. So, hier ist nur ein tiefer Fall nach unten. Das sind Nester, na super. Ach, verdammt. Mit viel Glück komme ich da außen lang und kann mich hier hoch schleichen. Der Wind ist mein Freund. Nee, ich habe kein Wind-Element. Ah, schon wieder. Und wo katapultiert der mich überhaupt hin? Oh, nee, da kommt noch einer. Dann nehme ich doch lieber den Rückzug. Hier hinreisen, ja. Na? Gut, so kann man natürlich dann, äh, die Sammelpunkte ercheaten, aber... Nicht das, was ich haben will. Verdammt! Muss schon wieder dahin und muss schon wieder von vorne anfangen. Wie fies. Äh, 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 ja, ja, ja. Hä? Nein, aber dich wollte ich doch gar nicht. Hä? Ich war doch bei Dibidi. Ja, genau. So eine Neontraube. Herzhaft, immer noch so viel. Was uns nicht alles fehlt. Das passt doch auf keine Kuhhaut. Komm raus, komm raus. Hier, Fischi, Fischi. War jetzt was dabei für dich? Oh, danke geschafft. Nunu, Freunde, kehren zurück mit vollen Taschen. Dibidi glücklichste Knoppern der Welt. Nunu, Freunde, kehren zurück mit vollen Taschen. Nunu, die glücklichste Knoppern der Welt. Okay. Ja, und, äh... Ja, aber, äh... Ja, aber, was, äh? Wirkst du mir jetzt, oder was? Ja, aber, äh? Ja, aber, äh... Ja, aber, äh... Ja, aber, äh? Diebtonig. Ja. Ja. Äh... Diebtonig. Süßhunger. Ah, jetzt hat es... Jetzt hat es abgeschlossen. Uh. Schön. Jetzt hat es funktioniert. Mann, Mann, Mann. Ui, ähm... Ja, Gold haben wir jetzt genügend. Das ist nicht das Problem. Problem ist, dass wir jetzt hier schon wieder durch dürfen. Ich kann nicht ignorieren. Ich kann nicht auch ignorieren. Eigentlich kann ich ja alle ignorieren. Ich kann eigentlich komplett durchrennen bis zum Schluss. Die Herausforderung besteht eher da drin. nach unten zu kommen oder auf die andere Seite. Es war klar, dass du jetzt kommst, du blödes Ding. Lilla Schnabel. Hau mir mit deinem blöden Schnabel ab. Ich bin weg. Oh, der ist schnell. Pfeilfedern. Ich hab keine Lust auf dich. Geh weg. Danke. Oh, da hinten ist schon wieder so ein blöder Vogel. Könnte mal jemand diese Vögel wegmachen. Danke. So. Geht das jetzt hier? Nee, das geht auch nicht. Also hier bin ich auch komplett falsch. Heißt, also ich muss da geradeaus lang. Und das Ding hier geht mir tierisch auf den Senkel. Jetzt ist ja Stufe 62. Genau. Sonst habt ihr nichts weiter zu tun, ne? Außer jetzt Stufe 62 zu sein, ne? Mhm. Du musstest also irgendwo hoch gehen. Da geht es scheinbar hoch. Geht hier also irgendwo nach oben. Und da komm ich dann da rüber. Aber wie komm ich da hoch? Hä? Hier nicht. Okay. Okay. Rex Rex. Hat grad keine Ahnung. Oder Tro Rex. Oder sucht's euch aus. Fakt ist, ich muss da hinten hin. Jetzt warte ich wo gerade... Wo ist denn dieses blöde Vieh jetzt schon wieder? Da hinten. Der ist echt böse. Ich muss aber jetzt warten, bis der weg ist. Genau, der große da. Big Baba. Bist, wer spielt denn da hinten mit dem Feuer? So ist die Fackel. Sieht aber cool aus. Du bist mir jetzt gerade mal egal. Okay. Bring it on. If they seek a fight, they shall get one. Hier kann ich aber nirgends wo lang. Okay. Bring it on. Okay, also ich habe hier ein riesengroßes Problem. Ich kann hier wirklich nirgends wo lang. Hier kann ich nur runter. Ich muss ja irgendwo hochkommen. Da ist da hoch. Und da komme ich da hin. Hä? So, da ist diese Schlucht. Und da komme ich oben lang. Aber eher über mir statt unter mir. Und ich muss da irgendwie rüber kommen und da hoch. Das heißt also, es hat wirklich irgendwas mit der Schlucht zu tun. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt irgendeinen Begleiter habe, der mit Windfähigkeiten hat. Ähm. Ähm. Da? Da? Nope, hat keinen. Dann würde ich sagen... Machen wir es ganz einfach. Wir hoffen einfach... Ach, das bringt mich ja auch jetzt gerade nicht weiter, ne? Äh. Ich wollte gerade sagen, wir hoffen einfach, dass jeder irgendwas hat. Komm, Lynn. Du hast doch bestimmt... Windelement Stufe 1. Könnte reichen. Hat auch kein Windelement. Klingen. Resonieren. Jetzt muss ich das so machen. Morag. Egenions Kernkristall. Wer war denn mal Egenion? Na komm, dann kriegst du jetzt Egenion. Dann sollst du den Egenion bekommen. Ich hoffe, das war einer, der die Windfähigkeiten besitzt. Mein Name ist Egenion. Eigentlich ist es ein Wasserelementar. Mh. Verdammt. Hallo da. Na rrrr. Dann hoffen wir bei dir jetzt einen speziellen... Ich muss echt einen mit... Wind... ...bekommen. Das gibt's doch nicht. Egenion. Egenion, in dem man sich als Tanker ist... Okay, gut, das passt zu Morag, ja. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Überspringen. Wind. 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 Rrrr. Zup, zup, zup. Nein, nicht als Kling-Partner. Ja, Aufrichtigkeit. Rrrr. 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 Komm, jetzt zeig mir, dass du einen richtigen bekommst. Bitte. Wind, Wind. Ja. Heiler. Ja gut, komm, egal. Du hast Wind Element, gut. Oh, da haben wir es. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Und das kann ich mir jetzt so langsam nicht mehr erklären. Irgendwer runtergefallen? Keiner? Gut, wunderbar. So, und hoch hier. Und noch einer. Und Sprungkraft, Papi. Hochsprung aktiviert. Oh, nein. Ich bin noch gut. Ich denke, ich bin noch gut. Ich hoffe, du bist kein Ziel, der es mal angreifen kann. Das ist die jetzt nicht. So, heilen, 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 heilen. Ich bin noch mal so jetzt platzend. Viel ist es nicht, aber egal. Haben wir nie Gespräche mit wem denn? Oh, ich habe sogar alle dafür da. Morag? Morag, hast du gesehen, Zeke für ein langes Mal gesehen? In der Tatooie. Wir haben nie gesprochen direkt, aber ich wusste von ihm. Der Prinz hat eine Beschein zum Moradayn, hat er nicht? Huh? Es muss nicht so lange nach seiner Gelegenheit von Tantoff gewesen sein. Ja, jetzt, dass du es erwähnt hast. Wie war er? Nachdem? Na, schauen wir mal. Wie ich erinnere mich, die Gäuern vertreten, zu erinnern, zu erinnern, mit einem lustigen Akzent. Das stimmt. Sie haben ihn in den Palästkreis gehalten, und ihn in den Jäbel gelegt. Er war schon ein schadeer Künstler dann? Es ist eine gute Sache, dass der Prinz fühlt sich sehr dankbar. Insofern könnte es ein großer Diplomatik sein sein. Wahrscheinlich. Danke für seine Erinnerung. Das ist genau wie Zeetho. Ich kann es fast vorstellen. Das ist noch nicht das Schlimmste von meinen Prinzen. Es gibt noch einen Schlimmste? Oh, ja. Hecht. Er ist ziemlich ein Missfortuna auf Legs. Wie, wenn wir Uriah besucht haben, sie ihn für einen Rookie-Guard verabschieden haben, und haben uns geholfen für 72 Stunden lang geholfen. Mein Prinz war glücklich wie ein Klamm. Er sagte, es war eine rare Chance, zu sehen die anderen Regime der anderen Länder zu trainieren. Wenn du mich fragst, war es sehr schrecklich. Der Grub war schlimmer als Armu-Kibbel, und sie haben sogar sogar Batsch. Kalamitie, insofern. Aber, insofern dieser Behandlung, er hat es passen, ohne eine Aufruhr zu machen. Er ist sehr dankbar, Herr Zeethofer. Dankbar? Ich glaube, er war nur was er fühlt. Harmoniegespräch geführt. Okay, wunderbar. Oh, jetzt ernsthaft? Dann wieder? Ich wusste H genau, dass das nochmal so kommt, aber... Dann machen wir das halt nochmal. Das ist natürlich das einfach so schwer. Und das ist die Schmerzen. Dann machen wir das einfach nur was. Dann machen wir das einfach nur was. So, und so. Komm schon. So, gut. Hey, hey, hey. Ob das jetzt der richtige Weg ist und, ähm, ob wir Pyra und Mitra Mithra retten werden. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö.